lego 9488 elite clone trooper battle pack von 2012 mit dabei vier figuren zwei davon exklusiv die beiden droiden die gab es in zwei weiteren sets der arc trooper besteht aus elf teilen davon zwei stoffteile daneben der arf trooper der ist jetzt etwas unspektakulär aber auch sehr schön wie gesagt beide exklusiv in diesem set hat damals auch um die 17 euro gekostet die figuren dürften zurzeit um die vier laut brittling das gleiche wert sein eigentlich ein schönes set das konnte man gut verwenden damals